Probieren wir es einfach noch mal. Vielleicht klappt es ja irgendwann mal. Die bringen uns alle nichts zum Start. Die vielleicht schon. So, in der Feierkrieg. Oh. Dann, ne, ich glaub das ist ja jetzt für noch ein Taunt vielleicht. Ich komm mit Spam, das fällt doch nicht schon instant voll. Da war ja, ich muss einen Taunt davor spielen. Jetzt hat er zu wenig HP. Noch komm schon. Ich den halt die HP verdoppelt kriege, ne? Naja, aber dafür brauch ich sieben Mana. So, muss ich halt erstmal durchhalten. Um die Combo vernünftig durchzuführen. Muss der so lang ablenken vielleicht. Ich muss halt den, dann müsste ich den buffen und halt in der Feier geben. Das geht halt mit sieben Mana. So lang müssen wir durchhalten. Das ist gut, das krieg ich jetzt hier einiges noch damit weg. Tollinova. Hm. Ich angreife, stirbt der. Ja. Oh Mann, ich ziehe. Ich muss noch ne Runde überleben. Chavi, glaub ich nicht. Außer Ding. Ich dachte, ich hab den kopiert hier. Dann wär ich nämlich sicherlich tot. Hm. Der würde so oder so sterben jetzt. Gute Nacht, hier sehen gehen die Karten aus. Schlechte Nachricht ist, ich weiß nicht was er noch beantwortet. So, ich kann noch nicht angreifen. Jetzt können wir uns halt helfen. Und mit den Clerics und dem hier dann immer, haben wir Kartenvorteil. Ist jemand verletzt? Ist jemand verletzt? Ich weiß nicht, ich kann jetzt auch einfach den daneben klatschen. Und noch neben die Scheiße abzufangen. Den brauche ich jetzt erstmal zumindest noch nicht. Jetzt bin ich erstmal so ganz gut. Hier, du ziehst irgendwas Sinnvolles. Das finde ich nicht gut. Was haben wir denn tolles? Können wir den killen? Ich bräuch grad keine Karten. Hätte ich mich bisschen oben. Das Vieh bleibt oben. Ähm. Na gut, hätte ich das... Nee, hätte ich nicht. Nee, passt schon. Alles gut. Ich glaube, das packen wir sogar. Ich dachte, der jetzt nämlich getankt hat, hat er jetzt wieder gekillt. Und die haben wir ja, die Kerl. Yay! Wir haben gewonnen! War ein bisschen Kartlack. Aber wir haben halt auch irgendwie 3-4 Runden durchgehalten, damit wir die Kombo machen können. Ja, also. Ich spule verwurrt. Puh, ja, war nicht... War schwerer als letzte Woche, glaube ich.